also wenn ihr wollt kann ich gleich den letzten verse a cappella vor euch performen ja ja okay jetzt oder ja es fängt an mit moment ich muss kurz verschieben damit es auch zu ende lesen kann so hat es angefangen der beste song aller zeiten wenn haben wir es kein märchen oder ja es ist ein skall märchen okay ich fang an das ist der letzte verse hör wie ich dich zerstör kann sein dass du den text nicht checkt du wirkst auf mich verwirrt nicht dass du mir mit anwalt kommst der sagt kevin ist sehr empört dann geht es vor gericht und endlich schenkt man dir gehör der protest zieht sich lange alle zeugen sind verhört und jetzt kriege ich recht selbst den richtern nervt du reißt dich los gehst auf mich los mein roundhouse kick trifft deine stören jetzt liegst du reglos da mit langzeit schäden im gehirn der scheppert mies rein war habib ich glaube irgendwas vergessen ja und dann geht es in die hoch und die hoch ist wieder richtig geil master auf richtungswechsel wer wird denn gerade gechased ich bist du gerade im main building zufällig ja da bin ich auch wäre cool wenn du nicht hip bist okay tschüssi crazy ich finde es immer sehr schön dass wir ernsthaft leer haben perplexion lol die talk on stream ist manchmal schwierig ich hasse die talk on stream ich bin eine sehr ernste person falls euch das nicht aufgefallen ja es müssen aufgefallen lachen fällt mir sehr schwer ich glaube sie sieht mich gerade kann ich hältst du durch warte mal sie hat gerade die tür aufgetreten und ich habe aufgeschrieben was ist das denn das ist ihr hauseigenes perk ne aber seid ihr beim deep talk dann auch so dass ihr so voll also dass ihr so gefühlt mein chat kennt mich besser als so meine familie ist das bei euch auch so nee echt bei mir schon bleibt mal stehen mein chat weiß viel mehr wenn ich euch jetzt was fragen würde ihr wüsstet das wenn ich mein papa fragte er hätte keine ahnung mein papa weiß nicht mal meine augenfarbe okay das ist ein bisschen traurig auch muss ich sagen das klingt gar nicht so geil das geht schon also ich glaube bei mir sind es meine freunde die kennen mich am besten der chat sind meine freunde oh oha und jetzt schenkt mir subs schön wär's wenn es nur so ein bait wäre ich geh mal in richtung abhuck mach mal mach mal mach mal der renato ist schon dort ja du kannst dich vor mir nicht verstecken denn ich bin wie ein Kelly in deiner oder oder nicht was nee was denn wie wieso haben wir denn jetzt alle aufgeschrieben weil sie eine palette kaputt gemacht hat achso wer steht denn das der Killer ich habe die die pellet in der schecke wasted aber ich hoffe das ist okay für mich ich bin außerhalb du auch jedes hat sich schlecht gesetzt okay ihr machten jen ja ja deine fuß spitze ist noch drin man ich konnte nicht denken blablabla 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 bang bang frisch netten ich habe auch noch deliverance also wir müssen jetzt nur green retten ist aber nicht der echte green jetzt kannst du einsperren schau mal welche wen einsperrt ja vor allem papo ist so ewig oh no nein ich gehe zum anderen tor was ist das für ein stare auf mit der mikaela wie gruselig was machen wir jetzt ja papo ist der einzige der retten gehen will wie heißen die auf twitch mit denen du gerade spielst das sage ich nicht das gönne ich den jetzt nicht sind lena und ruben also ihr wollt ihn jetzt wirklich nicht retten gehen ja der random hat einfach nichts getan aber er ist weit weg er wurde voll gefällst kämpft da kannst du nichts machen du hast recht du hast vollkommen recht ist gleich leute ich hätte ich geh kurz aufs klo ich bin ein afkar ihr seid wirklich afkar der random denkt sich auch oh mein gott was womit habe ich das verdient jetzt nöte ja bist du mitgegangen das sehe ich ja gar nicht ey war der nicht auf nicey nice wenn der frick kommt ist der tot wenn er das nicht witzig er ist wirklich afkar hallo 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 Lass den Random mal hängen. Lass den mal hängen. Ich bin drastisch. Papu das Cool. Papu das Cool. Lass ihn uns mal blocken. Ich fühlte es noch nicht. Irgendwas wird man doch machen können. Ihr müsst ihn sandbaggen. Lass ihn sandbaggen. Wo ist er denn? Wo wirst du Papu? Ich glaube, beim Ausgang. Nee, warte mal. Der ist ja zu. Oh, sie ist beim anderen Ausgang. Ich bin rausgegangen. Sky Mörtchen ist irgendwo beim Main Building. Das ist hier so wurscht geworden. Viel Erfolg, Papo. Ich danke euch. Tschüssi. Es war mir eine sehr große Freude mit euch. Mir auch. Es hat ultra viel Spaß gemacht. Guck mal, wie ich sogar rauskomme. Obwohl ihr versucht habt, mich zu treuen. Tschüss. Und gone. Verdammt. Also wir wollten immer, dass du rauskommst. Ja, na klar. Na klar, na klar. Ich war einfach auf Toilette. Ich war einfach auf Toilette. Ich bin ja auf Toilette gegangen. Aber ich weiß ja auch nicht, was passiert ist. Aber es war gut. Es war gut. Hat Spaß gemacht. Habt ihr kurz Panik bekommen, weil ich die Tür nicht aufgemacht habe? Nö. Na gut. Es war eher so Freude. Na gut. Na gut. Das war's.